Wey, wunderschönen guten Tag. Zurück zu Raft. Raft. Dann, ähm, schwimmst du da eben, oder? Ja, aber ich muss mich mal eben... ...bischen. Warten musst du? Scheiße loswerden. Äh, wieso... Das Teil hier müssen wir abnehmen. Good eye. Und dann nehmen wir das, nehme ich auch noch ab. So, Leute, da sind wir wieder. Wir sind wieder ein bisschen am Umdekorieren, weil die Insel vom letzten Mal uns ja wieder gesagt hat, nee, kannst du auch andersrum schwimmen, ne? Naja. Was soll es? So, jetzt kann ich schnell schwimmen. Was kannst du? Was kannst du? Schnell schwimmen. Echt? Ja, dann bin ich schon wieder da. Kann ich schnell schwimmen. Ich bin nicht so gut im Schwimmen. Ja, ich habe auch die Flossen. Ja, dann ist klar. So, ein Fangnetz ist über. Das bleibt jetzt erstmal irgendwie, ist mir egal. Das kommt jetzt hier hinten dran, als Deko-Element für... Ich weiß nicht. So, ist mir egal. Äh, ich glaube, die Schmelzen sind wieder dabei. Da-da-wei. Äh, irgendwo war noch ein Segel, sagtest du, ne? Ja. Äh, Moment. Ich muss jetzt mal eben hier selbst mal eben gucken, weil ich alles habe. Ähm. Ja, das eine Segel hat sich irgendwie zerlegt. Ich weiß nicht warum. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Ja, aber verstehen tue ich hier trotzdem nicht. Ja, ist halt Timo. Nö, ich bin Timo. Empfänger haben wir. Antenne. Tschüss. Tschüss. So, ich... Soll weiter? Ja, ja, ja. Okay, Anker hoch. Metallbarren brauche ich. Lol, habe ich keine Metallbarren mehr. Tatsächlich. Wollen wir mal ein paar Metallbarren machen, ne? Äh. Also in die Richtung sagst du die Segel? Ist das dann richtig? So grob. Oh. So, müsste gehen. Ich baue mir auf jeden Fall mal wieder ein Paddel. Da brauchen wir sowieso irgendwann wieder. Äh, Planke und Kunststoff. Ich benötige Kunststoff. Ey, glaubst du das? Haben wir. Alter, ich das nochmal sehe. Ja, kommt ja genug rein hier. Eben. So, jetzt müssen wir noch... Ey, weil es... Noch mal ein bisschen Kunststoff entgeht. Weil, falls da nochmal eine Insel kommt, will ich da nicht wieder dagegen ballern. Ja. Also ich kann... Also... Was? Kannst du mal eben mir einen Gefallen tun? Ne. Kannst du die zwei Scheißdinger hier mal abbauen? Ja, sicher. War zwar so übelst dumm, weil ich könnte ja eigentlich mal eben... Irgendwann noch Wasser rausholen. Aber naja. So weit habe ich nicht gedacht. Ist ja nicht schlimm. So, habe ich. Und die Laterne auch noch weg. Ah, die Laterne auch noch weg. Hä? Oh, jo. Ey, wieso baust du da nicht da rein? Ist doch viel besser, wenn man hier drin baue oder nicht? Weil das ist ja empfindliches Material gegen Regen und so. Ja, gut. Das ist eine Mikrowelle. Was? Ach so, ja, ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt leuchtet oder nicht. Das ist mir auch sowas von Little Wayne. Geil, Alter. Batterie benötigt. Haben wir sogar. Ja, haben wir. Und was tut die Senden, oder? Das ist der Empfänger. Das ist der Empfänger, okay. Wieso habe ich denn jetzt hier wieder so eine Scheiße? Batterie, habe ich doch in der Hand. Hm? Batterie, habe ich doch in der Hand. Das Wasser bringt voll viel. Boah, geil, ey. Das Wasser bringt voll viel. Hä? Kann ich da nicht füllen? Nee. Oh, jetzt wieder, ne? Alter, sein Ernst. Warte, denn? Das ist den Alter, sein Ernst. Oh, lol. Ich bin so witzig. Wirklich, wirklich. Warte, denn? Er fordert mehr Höhe. Lol, wie? Ja, er fordert mehr Höhe. Okay, ja, das ist kein Problem, das ist kein Problem. Warte mal, Moment mal. Ich muss noch höher mit dem Ding. Ja, kein Problem, baue ich dir. Soll ich machen? Ja. Okay, lass mich machen, okay? Ja, mach ich. Wie hoch? Keine Ahnung. Hoch also, ja? Ja. Hä, wieso? Oh, ich habe keine Nägel. Ich brauche Nägel. Ich brauche Nägel. Ich baue dir das. Kein Thema, ich mache dir das. Äh, äh, ja, gut. Aber warte mal, ich habe doch... Ich baue dir das. Alles kein Problem, irgendwann. Ich mache dir das. Ich brauche Holz. Haben wir noch Planken hier irgendwo? Okay, Planken ist gerade aus. Ich gehe mal eben hier durch das Ding durch. Da sind bestimmt einige Planken. Hier hast du einen Plan, da weißt du, glaube ich, wie hoch das Ding sein muss. Wat? Hier ist der Plan, da weißt du, wie hoch das Ding sein muss. Äh, wie, 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 ich sehe nichts. Hallo, kannst du mal bitte aus dem Menü? Was heißt das, 2,50 Meter oder wat? Hm. Ja, was weiß ich, wie, wie hoch das dann ist. Egal, ich mache einfach mal ein bisschen wat. Hm. Ja, geil, Alter. Oh, ich habe noch 3 Planken. Jetzt brauche ich schon wieder Nägel, weißt du. Kann ich nicht herstellen, ne? Ich brauche Schrott. Haben wir noch Schrott? Oh, shit, ich muss wat trinken. Wir haben bestimmt noch Schrott, ne? Warte, ich... Alter, jetzt habe ich diesen Plan die ganze Zeit. Was soll ich denn damit? Ich brauche Kunststoff. Boah, ich habe so viel Scheiße, die ich einfach nicht brauche, ne? Das kann weg. Haben wir noch Schrott oder nicht? Eigentlich wohl. Moment. Ich muss erst trinken. Hä, wir hatten noch so viel Schrott. Wir haben keinen Schrott mehr, Alter. Lol. Wir haben keinen Schrott mehr. Alter, ich brauche Schrott. Warte, ich gucke sofort in meinem Invi. Ich habe noch 3. Das wird nicht reichen, glaube ich. Oh, nee, das ist kein Schrott. Hä? Habe ich das schon aufgenommen? Nee, das ist Schrott. Ich habe deine Flasche aufgenommen, Digga. Komm mal her. Ja, okay. Äh. Äh, Nägel muss ich machen. Ja, dann komme ich aber nicht weit mit, Junge. Ich fürchte, obwohl das wird schon gehen, aber es sieht halt komisch aus, dann... Denke ich. Oh. Oh, Gott sei Dank. Ähm, nee. Ich sehe nichts. Hey, wieso kann ich das da nicht hinbauen? Oh, ich habe keine Planken. Oh, ich habe keine Planken. Oh, ich habe keine Planken. Das ist doch immer irgendwas. Nimmst du jetzt alle Planken weg? Ja, ich loote gerade komplett. Ich brauche mal eben ein paar Planken. Hier. Wie groß muss das dann sein? Ich nichts wissen. Da hinten ist eine Insel. Mir fehlen schon wieder, Nägel. Ja, deswegen schmeißen wir jetzt den Anker und da ist eine Insel und dann gehen wir jetzt gleich eben pennen und dann die Schrott looten. Ähm, da ist eine Insel, ja dann nicht den Anker schmeißen, sondern nur die Segel einholen. Ich habe einen Anker geschmissen schon. Ja, aber willst du da hinschwimmen oder was? Ja, ich kann schnell schwimmen. Ja gut, dann... Geben wir aber erst pennen. Ja. Sobald du ein bisschen Schrott hast, wäre gut, wenn du zurückkönst, dann kann ich das nämlich fertig bauen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich kann ja auch eben mit, so ist das ja nicht. Eben Schlückchen trinken und ein paar Kartöffelchen essen. Dann geht das schon. Äh, mein Haken ist allerdings fast der Marsch. Musst du rausziehen? Ja, ich mache mir einfach mal hier in so einem Billohaken. Dann komme ich mal eben mit. Ich habe ja noch zwei Fangnetze, wie kann das denn sein? Was brauchst du Schrott, ne? Sehr schön. Kein Ding, mache ich den nicht. Will ich hier mitkommen? Musst du nicht. Aber bist du so schnell, oder was? Bist du so schnell, ja? Bist du so ein ganz schneller, sagst du? Wie groß muss das da oben sein, sagst du? Ja, ich gebe dir gleich mal in die Antenne, dann kannst du selbst mal in die Antenne, aber nur in die Antenne, sonst nichts, ja? Ja. Könnte ja eigentlich schon gehen, so. Ja. 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 Ja gut, dann dekoriere ich erstmal noch ein bisschen weiter. Ja, mach mal. Schon ist es wieder vorbei, weil ich keine Seile mehr habe. Voll gut. Aber das sollte ja wohl kein Problem sein, da haben wir ja reichlich von, würde ich sagen. Voll lol, hier ist kein Schrott mehr oder was? Weil erforscht haben wir jetzt alles bis auf diese verkackten Drecksfedern. Hier ist ein Schrott. Hm, hm, hm. Wie machen wir denn hier? Ist man das offen oder nicht? Was fehlt mir? Seil. Boah, ständig fehlt einem Seil. Der ist echt schlimm. Ey, siehst du halt schon mal jemand traurig. Oh, ich sollte aber nicht vergessen, trotzdem ab und zu nach oben zu gucken. Also wie gesagt, wenn du was hast, bring das eben vorbei. Dann kann ich nämlich hier schon wieder weitergehen. 13. Ja, reicht. Mir reicht das auf jeden Fall. Ja. Dann kann ich hier schon mal weitermachen. Komm. Kunde. Dann sind wir damit nämlich eigentlich auch fertig. Also dann könnte man da schon mal drauf tun. Und dann reicht das immer noch nicht. Alter, dann lache ich. Obwohl das eigentlich nicht zum Lachen ist, aber ja. Hey, was? Dann lache ich, habe ich gesagt. Der Steiner. Ah, Steiner. Wie soll das nicht reichen? Weiß ja nie. Sender und Empfänger haben wir dann. Ich überschwimme jetzt nochmal eben einmal. Wo bist du den Hasenpups? Jetzt am Rückweg nach oben und das Schiff zu suchen. Falsch Richtung so. Scheiße. Scheiße Lahn. Scheiße. Aber die Dinge hier sieht schon krass aus, ne? Ich such gerade echt da ist das Boot. So. Ja, ich musste noch ein bisschen Seetang ernten, wischte? Ja, ja, natürlich. Ja, dann kannst du ja auch sofort wieder los. Ich würde ja nur... Nee, ich bin für dich. Ach, hast du schon alles? Ich habe alles, was ich brauche. Ja geil, dann können wir ja direkt weiter. Kannst du eigentlich schon loslassen den Anker? Ja? Naja. Als das Ding Fahrt aufnimmt, bin ich ja schon da. Jetzt zu ihm weg! Wäre krass. Ah, Segel brauchen wir erstmal noch nicht hoch machen. Äh, runter machen. So. Das ist jetzt. Jawoll. Dann können wir jetzt schön ein paar Nägel machen. Schon habe ich nichts mehr, um Nägel zu machen. Hey, boah, jetzt fehlen die Planken, weißt du. Ich kotze im Strahl. Ich habe selbst keine mehr. Ja, hier sind ja ein paar. Sollte reichen. Gelernt, gelernt, gelernt. So, was müssen wir jetzt noch lernen? Ist halt echt immer... Du machst irgendwas und dann fehlt dir irgendwas anderes. Dann denkst du dir... Fick dich doch, du... So, gib mir mal die Antenne oder was da da ist. Liegt da. Okay, die muss da hoch, sagst du. Und jetzt? Erfordert mehr Höhe. Noch höher? Oder warte mal eben. Warte mal eben. Wieso, sonst stellen wir das Ding da auch mit bei. Kann auch da hoch. Oh. Hä, ist verbunden. Aber das ist scheiße hier. Jetzt aber! Aber hier steht ja scheiße. Können wir doch besser mit da oben hinpacken. Guck mal hier, da steht falsche Höhe. Wo? Hier auf dem Monitor. Ja, weil er nicht auf der selben Höhe ist wie der Ding da. Ich mach da mal eben da oben, dass wir das dabei stellen können. Ja, kannst ja mit X abbauen dann. Ja, ja, lass mal. Ich mach das schon. Da krieg ich hin. Mach mal ein bisschen Materiale mitte. Ja, ich brauch nur ein paar Plänkchen. Okay. Ähm, wie mach ich denn das jetzt? Hab ich natürlich ein bisschen dumm gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das Ding soll auch hier... Aber sonst noch was oder nix? Weiß nicht, ich muss doch drei weitere Antennen bauen. Wat? Ja. Insgesamt vier so Antennen. Mhm. Und die müssen... Und die müssen nur so hoch sein. Ja. Guck mal hier, steht doch. Ja, lol ey, wie soll das denn gehen? Ernsthaft? Ernsthaft. Bin ja schon mit dran. Ja. Ähm, dann hätte ich die... Dann muss ich die, äh... Leitern da hoch nochmal anders setzen. Dann, äh, kann man ja besser da rüber bauen, so'n Ding. Bin mir aber nicht sicher, ob das geht... Geht ja auch nicht. Scheiße, ich brauch Schrott. Na, das geht ja auch nicht. Da ist kein Schrott. Erstmal, weil das nicht geht, weil da der Anker ist. Boah, ich schmeiß da Kunststoff jetzt heim weg. Ich finde jetzt aber, da der Ding da steht scheiße. Wie ich ehrlich bin, wollte ich den hier nicht stehen haben. Ja, da bleibt ja nichts anderes übrig, als das Floß nach hinten noch ein bisschen zu verlängern. Wollte ich gerade sagen. Und es bleibt nichts dabei über, dass wir gleich ein Päuschen machen, weil Luki bekommt Hunger. Hehehe. Tut mir leid, Jungs und Mädels, wir müssen gleich bald... Lidl, 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 Dai! Ich hab' keine Planken mehr. Ja. Ich hab' selbst nur noch vier. Oh, meine Axt hat sich verabschiedet. Werf' man Ankerheben? Ähm, zu teuer. Ich hab' keine Planken. Da ist natürlich dumm. Hast du noch zwei Schrott? Bestimmt. Äh, ich hab' gerade... Ich hab' noch einen. Aber ich hatte auch noch was in die Kiste gepackt, meine ich. Hier ist noch einer. Ich, äh, nehm' mal hier eben alles weg, ne? Hier ist ja kein Kunststoff. Hehehe. Ein Schrott. Sieben Kunststoff. Oh, ne, ich bin nur vollgemüt mit Kunststoff, glaub' ich. Ja, hier ist auch kein Kunststoff. Petty! 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 Oh, die Katze, Alter. Ne, ich brauch' einen verfickten Schrott noch. Ähm... Ein Scheiß-Schrott. Ich muss... Ne große Dingsums bauen. Große Truhe. Da drüben ist so'n Ding, vielleicht findest du da was. Wat? Ja, da will ich ja rüber, aber nicht mit vollem Invi. Achso. Ja, das macht Sinn. Kann hier oder... Kann hier oder fünf flanken können. Aber wir sollten gleich weiterfahren, weil wir brauchen... Ähm... Ähm... Äh... Hatt' ich eigentlich kein Paddel gebaut? Warum hab' ich kein Paddel gebaut gehabt? Wat war denn da? Weiß ich nicht. Was war denn da los, ja mal. Ähm... So. Äh... Bis gleich. Ja. Beilen Sie sich bitte. Warum? Ich vermisse Sie jetzt schon. Tatsächlich. Ne, weil dann können wir weiterfahren. Wir brauchen... Ähm... Rohstoffe. Alles bis auf Grundstoff. Kunststoff haben wir echt exorbitant viel. Hier sind noch fünf Planken. Oh, ein Schrott, ein Glas, eine Planker, ein Bolzen. Ist der jetzt gut oder schlecht? Ja, ich brauch' das Glas. Äh... Den... Den... Den Schrott. Jo, kannst du Acker rausziehen. Da, 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 da... Gut. Dann mach' ich nämlich wie folgt. Baue ich hier nochmal Türme auf beiden Seiten hin. Ja. Hier geht leider nicht, weil der Anker da ist. Ähm... Wie viele Antennen brauchst du? Drei. Insgesamt? Noch. Ja, insgesamt drei. Okay. Dann mach' ich hier nämlich einen Turm hin und hier gegenüber einen Turm hin. Dann wird das schon gehen. Irgendwie so. Hast du noch Planken? Hm? Hast du noch Planken? Ob ich hab'? Mhm. Ne, ich hab' gar nix. Leider nein, leider gar nicht. Gut, jetzt hab ich mal gleich... Ach ja, das wollte ich mehr bauen. Haben wir jetzt mittlerweile mal was im Vogelnest? Auch nicht. Oh mein Gott. Ähm... Da waren doch sogar noch Netze im... Ja, rechte Truhe. Ja, ich brauch' mir nur eins eigentlich. Warte, mach' ich die Seiten nochmal um einen breiter. Kann ja nicht schaden. Auch wenn ich gerade keine Planken hab. Ich brauch' nur eine Planke, Alter. Ähm... Hier sind nur Palmenwedel. Hier ist eine. Hier außen. Und da kommen auch noch welche. Gut, jetzt kann ich nämlich mal eine große Truhe bauen. Hast du schon genug? Ja, ich hab' ja alles zusammen. Gut. Dann sind wir jetzt nochmal um einen breiter. Müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht wieder gegen ne Dings fahren. Ja. Dann können wir gleich pennen gehen. Schön. Schönes Ding, Harry. Schönes Ding, Harry. Jo. Ähm... Ja. Oh, guck mal, hier kommt ja einiges jetzt rein. Dann mach' ich nämlich nochmal zwei so Türme. Ja. Dann können wir den komischen Ding auch da oben hinstellen. Das wird schon... Das wird schon... Das wird schon. Können wir schon pennen gehen? Weiß' auch gar nicht. Ich bin unschlüssig. Ich glaub' ja. Sonne ist weg. Komm, wir gehen schlafi, schlafi machen. Ja, Sekunde. Ich liege schon nackt. Extra für dich. Uh! Baby! Uh! Baby! 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 Uh! Ich hab' auch ein bisschen Hunger. Wir können gleich... Ja, machen wir erstmal ein Päuschen. Mhm. Uh! Baby! Baby! Kannst du mal bitte kommen? Ja. Ja, ich liege hier dumm rum. Ist ja wenig... Ist in der Realität auch nicht anders. Jetzt stehen wir hier... Jetzt sind wir im Stehcafé und sitzen dumm rum. Erstmal was trinken. Und ein bisschen was essen. Ich hab' keine Planke. Läuft. Ah, Planke. Ein paar Planken. Ein paar Planken. Habe ich wohl. Drei. So. Ähm... Ja, gut. Im Prinzip... Hätte ich mir das sparen können. Hätte ich mir viel sparen können. Egal. Egal. Soll ja auch gut aussehen, ne? Eben. Ähm... Wie mach ich denn das jetzt? Ich baue das erstmal wieder nochmal so, ne? Mach mal. Ich vertraue dir da. Aber ich brauche Planken. Ich muss ein bisschen, äh... Rohstoffe haben. Fischernest. Und dann kriegen wir das schon gebacken. Ne, will er nicht. Jawoll, ja. Immerher mit den ganzen Moped-Gedöns hier. Jawoll. So will ich das haben. Zufällig eine Insel, auf die wir zuschippern? Nein, das ist gut. Warum? Ja, weil ich nicht mehr dagegen fahren möchte. Weil ich dann Angst habe, dass wir uns wieder drehen werden. Achso. Ah, gib schlimm aus. Ne, ich hab da die Schnauze voll von... Ich hab da jetzt quasi eine Phobie gegen entwickelt. Äh... Eigentlich brauchen wir da gar nicht für... ...die Leiter. Kann ich, wenn ich da oben bin, jetzt... ...nach unten bauen? Oh, ne. Mir fehlen Planken. Aber das geht. Das ist schön. Weil dann brauche ich nämlich nicht extra mal einen Leiter bauen. So, ich brauche Schrott, Leiterplatte und Bolzen. Also brauche ich nur noch Schrott. Uh, Baby, Baby. Baby, Baby. Uh, Baby, Baby. Natürlich kein Schrott drin. Wäre auch zu schön gewesen, oder? Oh, oh. Ja, ich brauche vier Schrott. Ich habe echt alles an Schrott verjagt. Jo, ich habe echt alles verheizelt. Ich verstehe jetzt gerade nicht, warum du dich darüber wunderst. Weiß ich auch nicht. Komm, Junge, ich brauche Holz, ey. Ich und mein Holz. Wir hätten vielleicht vorhin nicht so viel verheizen sollen. Ist doch scheißegal. Kommt doch alles wieder... ...alles auf dasselbe raus. Warte, stehe ja, oder? Hier kommt ein bisschen was. Hier kommt ein bisschen was. Hier kommt die Maus. 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 Wie viel brauche ich für so ein Moped hier? Vier Stück. Und wie viele habe ich? Vier. Ja, lol. Ja, moin. Ah, da kommt doch ein bisschen Holz. Komm mal ran hier, Maus. Oh, schön. Du hast die Dinger gedreht. Das ist schön. Das freut mich. Wo waren jetzt... Achso, das Ding steht oben, ne? Leiterplatte. Okay. So, Leiterplatte haben wir. Bolzen haben wir. Da muss ich noch herstellen. Eine Leiterplatte. Für die Leiterplatte... So, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ein Slime und zwei Kupferbarer. Ich denke... Hast du denn... Du machst jetzt noch mehr von den Antennen, oder was? Genau. Weißt du, über welche Distanz sie sich miteinander verbinden? Nein. So schlau bin ich auch nicht. Müssen wir da mal ausprobieren. Das Ding kann ich abbauen, ne? Ja. Dann baue ich den mal eben ab. So, jetzt brauche ich... Oh, mein Sack. Nehme ich den mit da rüber. Stell den mal da hin. Und guck mal, ob das so einigermaßen geht. Oh, ich brauche noch zwei Leiterplatten. Ah ne, ist der Empfänger. So, das, das, das. Jetzt brauche ich noch... Sieben Schrott. Ne, das muss ja so rum. Ist halt hier oben ein bisschen beengt, ne? Aber was soll das? Ja, du musst das Ding aber auch einschalten. Batterie benötigt. Hau mal die Batterie da rein. Hab ich die? Ja. Oh, jo. Äh, wie geht denn das? Äh, Batterie benötigt. Wie baue ich die da ein? Da muss rechts... Reisere Teile halten. Ne, warte, hä? Du musst daneben stehen. Ach so, warte mal die Batterie. Und dann, äh, E, oder was? Ne. Ja. Daneben stehen. Ja. So, jetzt schalt das Ding mal ein. Wie denn? Mit E. E einschalten. Ja. Zu nah am Empfänger. Oh. Das heißt, das Ding muss hier weg. Hä, wie zu nah am Empfänger? Boah, ist doch zum Kotzen. Ja, dann... Wie in der weit muss das denn weg sein? Da drüben kommt ja sowieso... Oh, noch ne Antenne hin. Dann... Ne, dann lass mal. Pass auf. Ich hab die Idee. Da muss auf derselben Höhe sein, ne? Mhm. Dann baue ich jetzt hier nochmal so einen Turm hin. Und auf die kommen die drei Antennen. Auf den Turm. Ja. Und hier kommt ein Turm mit dem Ding. Der muss ja auch gar nicht so hoch sein, der Turm. Ich mach dir das. Ich brauch nur Holz. Lass mal. Dann kommt der da nicht hoch. Dann kommt das andere Ding hoch. Und die Zeit ist übrigens rum. Yo! Die ersten hab ich. Die ersten Watt. Die erste Antenne ist grün. Ja, aber der bleibt ja nicht da stehen, das Ding. Doch, das Ding geht jetzt so. Heavy. Wie? Guck mal. Ich hab nur den Monitor gedreht. Und nach außen gesetzt. Ja, aber da kommt ja noch ne Antenne hin. Ich weiß nicht, wo die hin müssen. Aber hier geht. Ja, wegen der Distanz. Ja, aber... Ja, aber vorhin... Guck mal hier. Die ist jetzt auch verbunden. Ja, aber da bringt mir ja nix. Da muss ich ja noch ein Turm mehr bauen. Ja, musst du dann. Ja, wieso? Wir bauen das Ding hier ab und bauen das Ding darüber. Dann kann ich auf dem Teil hier drei Antennen platzieren. Ich weiß nicht, ob die drei Antennen nebeneinander stehen müssen. Ja, ich hab ja keine Antenne zum testen. Also, ne? Ich bin ja grad am produzieren. Aber mir fehlen noch sieben Schrott. Und da kommt ne Insel. Gott sei Dank. Dann machen wir jetzt nen Cut. Boah, weh. Ich... Pass jetzt erstmal auf. Da würde er nicht gegenfahren. Ich fahre dagegen. Da hab ich sowas von keinen Bock drauf. In welche Richtung mach ich denn am besten? Ja, warte noch. Warte noch ein bisschen. Nee, ist mir scheißegal. Ja, warte. Dann geh ich. Gut, ich bin einigermaßen leer. Das Risiko nehm ich nie in Kauf, Digga. Ja, glaub ich dir. Ich geh mal eben hier die Truhe looten. Willste da anlegen oder was? Kommt. Ja. Also, ich loote eben die Truhe. In der Zeit setzt du das Schiff so, wie das haben willst. Ja, vielleicht hätte schon mal einer die Segel einholen sollen. Ja. Komm ja schon zurück. Können einen Anker setzen. Ja. Dann mach ich da mal eben. Und dann machen wir einen Cut. Und dann machen wir gleich hier weiter. Genau. Der Meinung bin ich aber auch. Und dann kann ich mir Schrott und alles holen, was ich brauch für die Antenne 2 und 3. So. Schönes Ding, Harry. Jawoll. Ja, gut. Liebe Jungs und Mädels. Die nächste Folge. Gucken wir dann, wie weit wir kommen. Also, ich werd das größterhin fertig bauen. Dann soll der der Finger fertig kriegen. Ja, Lukas wird sich noch mit der Antenne beschäftigen. Ich werd gucken, wie ich die Antennen da am besten platzieren kann. Weiß ich noch nicht. Jo. Und dann schauen wir mal, wie das so abgeht. Vielen Dank für die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tja.